Eigentlich könnten wir uns ja trotzdem treffen, denn die große Tarmstädter Ausstellung ist wie eine riesengroße Familie und unter Familien darf man sich ja eigentlich sehen. Dieses Jahr werden wir nicht live sein, aber im nächsten Jahr kommen wir wieder zur Tarmstädter Ausstellung mit unserem gesamten Programm, sind für euch da und wir freuen uns darauf und vor allen Dingen, wir freuen uns darauf, zu dieser riesengroßen Familie der Tarmstädter Ausstellung zu gehören. Passt gut auf euch auf. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.